So, hier bin ich wieder ein gutes Stück ärmer, wie ihr seht, um nicht zu sagen, arm wie eine Kirchenmaus. Dafür aber mit sage und schreibe 50 Fallen und 40 Bomben. Na, wenn das mal nichts ist, oder? Das finde ich sehr genehm. So, jetzt hier wieder runter. Ja, ich will halt zurück in den einen Raum mit der Kiste. Ähm, ne, nicht mit der Kiste. Wir halten den einen Raum, wo ich irgendwo gestorben bin. Um da runter zu gehen. Ja, halt dort, wo ich mich beim Verschieberätsel wieder vertan habe. Mal wieder. Ups. Scheiße. Fuck. Ach, zum Glück komme ich nicht ganz oben raus. Hm. Sag mal. Im Moment ist aber wieder der Wurm drin. Ja, dann muss ich ihn wohl rausholen. Wenn er drin ist. Ja, mehr Pfeile gehen leider nicht. Oder zumindest hatte ich nicht mehr Geld, um mehr Pfeile mitzunehmen. Nichts. Ja. Und... Bumm. 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 Ich sagte Bumm. Scheiße. Bin ich einfach zu früh? Bumm. Danke. Geht doch. Hm, hier? Ich steh hier. Scheiße, doch nicht nah genug. Schön, wenn man so viele Bomben hat, ganz ehrlich. Dann kann man sich es auch mal leisten, um sie mehr oder minder sinnlos zu verbraten. Wir verbraten hier ja nichts sinnlos. Nein. So etwas tun wir hier nicht. Gut, die gehen in Zeit versetzt. Au, au, au. Also, ich einmal gegrillt. Na, das möchtet ihr besser nicht. Ich lege furchtbar schwer im Magen. So, wie war jetzt hier wieder der Weg? Ich weiß es nicht. Hm? Ja. Busch. 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 Da wird einem fast schlecht, oder meine ich das nur? Hier? Ei, ei, ei. Hier unten. Nee, da doch nicht. Geh wieder raus. Nee, hier. Ja, hier müsste... Ja, hier müsste es gewesen sein. Ach, mein Freund mal wieder. Mein Freund, die hässliche Qualle. Hehe. Na, bleib still. Beweg dich nicht. Brav. Und jetzt rüberspringen. Und... Hops. Scheiße. Bringt doch nix. Das ist ja jetzt ne... Ehrlich gesagt, richtig scheiße. Ne Bombe. Ich freue mich wieder über Bomben. Ist das nicht schön? Ich freue mich sogar wieder über Geld. Ah, das sind doch die kleinen Dinge, die zählen, oder? Weil man sich schön... Schön wieder über alles freuen kann. Jetzt habe ich es wieder, wie ich meine. Scheiße. So, wie muss ich es jetzt wieder verschieben? Und schieb? Schieb. Ne, scheiße. Nicht schieb. Aue. Aue, das tut weh. Das tut alles weh. Aue, das tut mir leid. Aue, das tut mir leid. Aue, das tut mir leid. Fuck, ich scheine die hier nicht... Aue, das tut mir leid. Verschoben zu bekommen. Ach, naja. Vielleicht bringen mich andere Wege weiter. Weiter in Richtung der Vernichtung kann uns. Wir werden sehen. So, wo kriege ich ein paar Stück runter? Ja. So, pieps, pieps, pieps. Es pieps mal wieder. Ja, aber das stört mich jetzt nicht. Und, wusch, hier durch. Ja, da bin ich wieder hier. Hier habe ich jetzt aber echt nur... ...eines letztens aufgesprengt. Und nicht alle. Vielleicht muss ich wirklich alle versuchen aufzusprengen. Ah, fuck. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Vieh in der Mitte kann ich mit dem irgendwas machen. Weil er steht so dumm in der Gegend rum. Dass ich mir fast denke damit, dass ich damit was machen muss. Beziehungsweise machen kann. Das hier aber wirklich nichts ist. Verschieben. 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 Das hier wirklich nur an einer Stelle eine Kiste ist, kann ich ja kaum glauben. Der Raum wirkt wirklich verdächtig. Auf mich zumindest. Oder ich muss überall gleichzeitig... Ups. Scheiße. Oder ich muss überall gleichzeitig eine Bombe legen. Kann ja auch sein, dass die kurz nacheinander... Ach, nee. Ich hätte die Bombe nur falsch gelegt. Alles klar, dann... ...springen wir mal durch den Boden. Und hoppchen. Und... Ihr verarscht mich, ihr Lieben. Ich kenne euch noch. Danke. Nee, wie geil. Ganz ehrlich. Top. Super. Geil. Na, und da sind dann die drei Würmer drin. Nein. Aber... ...eine Wand zum Bomben. Nee, wie geil war das gerade. Hiiii. Komm her. Putsch, komm her, komm her, komm. Komm her. Das ist aber gemein, ne? Das ist schon gemein. Ja, wenn ich zu nah rangehe, falle ich runter. Und wenn ich... ...gar nichts mache, mache ich halt gar nichts. Dass ich hier... ...irgendwie verschiebe... ...irgendwie verschiebe... ...ne, gegenrennen. Upp, nee, auch nicht. Nee, up. Nee, nicht. Okay. Nee, wie geil war das gerade ein Wimper. Okay. Danke. Jetzt weiß ich den Weg, wo ich hin... ...muster und bin im Kreis gerammt. Fuck, scheiße. Bleib hier. Du bist ein dummes Arsch... ...bleib hier. Bleib hier. noch oben. Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob es da noch eine Abkürzung für gibt oder nicht, aber... Ich will es mal hoffen, wenn nicht, dann nicht. Na, schaffe ich es diesmal? Ja, sieht gut aus. Ich weiß... Ich weiß nicht, wo ich hinzeu!